Leben ist etwas, das jedem von uns gegeben wird. Man sagt, jedes Kind sei bei der Geburt schön. Leben ist etwas, das uns menschlich macht. Wir alle wollen leben und eine schöne Zeit verbringen. Man kann nicht vor dem Leben davonrennen. Manche sind fröhlich, manche sind traurig. Manche verletzen, andere werden verrückt. Manche hassen, andere lieben. Aber letztendlich sind wir alle Menschen. Wir alle sind Menschen. Wenn die letzte Stunde kommt und der Tod klopft an die Tür, ist unser Leben am Ende angekommen. Die Traumschlösser sind verschwunden. Man kann nicht vor dem Leben davonrennen. Man kann nicht vor dem Leben davonrennen.